Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Control. Ja, es sind ein paar Tage vergangen zwischen den letzten Folgen. Ich entschuldige mich inständig für euch, wenn ihr jetzt nicht noch dabei seid. Danke dafür. Wir haben eine Mission, die direktorale Überbrückung. Ich glaube, wir sind letztens gestorben, weil wir irgendwo runtergerutscht sind und uns runtergebackt haben. Nicht wundern, ich spiele jetzt mit Maus und Tastatur. Ich hoffe einfach, dass ich dadurch ein bisschen besser ziehe. Ich rede es mir zumindest ein, dass das so besser geht. Kamera ist auch wieder am Start. Ich weiß gar nicht, ob ich die letzte Folge so wirklich aufgenommen habe oder ob ich die noch gar nicht hochgeladen habe. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, ich muss auch erst mal gucken, wie das jetzt hier mit Maus und Tastatur funktioniert. Auch die ganze... Uh, Tastaturbelegung. Ist natürlich auch anders. Aber auf jeden Fall haben wir schon ein, zwei Mal getroffen. Und das ist doch die Hauptsache. So, testen wir das mal ganz kurz aus. Hier, so ziehe ich mir die Sachen ran. Sehr schön. Und ich glaube, mit V kann ich diesen Pulsschlag machen. Okay. Naja, vielleicht schaffen wir das ja. Da drüben sind noch Lebenspunkte. Die brauchen wir aber gerade noch nicht. Und wir müssen irgendwie da drüben hoch. Ich lunze immer mal ein bisschen auf die anderen Bildschirme. Einfach, damit ich sehe, ob auch alles so läuft, wie es laufen soll. Denn, äh, wie heißt es so schön? Never change the running system. Ich habe letztens, ähm, gedacht, komm, organisierst du einfach mal dein Gekabel, äh, deines PCs. Ähm, war keine gute Idee. War wirklich keine gute Idee. Ich hatte echt gedacht, oh, scheiße, ähm, deine Webcam funktioniert nicht mehr. Ende vom Lied war, uh, 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 von wo, von wo? Hä, wo kommst du denn her? Wo kam er denn jetzt bitte her? Der muss ja hinter uns gespawnt sein, weil wir sind ja gerade da lang gelaufen. Hm. Mysteriös. Na gut. Danke für die Punkte. Ähm. Ja, da hatte ich erst gedacht, oh, shit, die, äh, Dings funktioniert nicht mehr, die Webcam. War schon kurz davor, ähm, eine Webcam zu bestellen, wo ich dann gedacht habe, komm, nimmst du einfach nochmal auseinander. Den ganzen Spaß und probierst es einfach. Ach. Hör auf, das ist nicht nett. Jo. Mit Maus und Husten nur funktioniert das definitiv besser. Ähm. What the f- What? Jo, definitiv nicht. Wie war das mit Waffe wechseln? Äh, konnte ich doch auch irgendwie... Ja, ähm, mit F? F war's, okay. Autsch. Also da oben ist immer noch einer. Ah, weißt du was? Na, es haben sie denn jetzt hier rum. Wow. Wow. So. Jetzt reicht's mir. So, Lebenspunkte nehme ich sehr, sehr gerne an mich. So, und wir sind letztens irgendwo von hier oben nach unten gefallen. Ähm, war nicht ganz so cool. Ähm. So, dann laufen wir mal wieder nach oben. Ja, ähm, F. Shelter. Ist die Frage, wo müssen wir hin? Hier gibt's auf jeden Fall eine Kiste. Ist immer sehr interessant. Bei manchen Spielen ist es mit E die Sachen aufmachen, dann linke Maustaste gedrückt halten. Hier ist es halt einfach mal mit F. Okay, da kann ich nichts machen. Hier kann ich es nur wieder zu... ...schließen. Mergency Supply Storage. Auch da kann ich nichts, äh, machen. Ich glaube, der Raum ist einfach nur da. So. Einmal das. Und das muss da ran. War das nicht so? Oder auch nicht? Ach nee, da ist schon eins dran, seh ich gerade. Warte, vielleicht hat's das einfach nur gespeichert vom letzten Mal. Und wir sind irgendwie hier runtergerutscht. Okay, und das wir dann nichts da machen können, ist logisch. So, wir müssen einmal nach oben. Unfair. Unfair. Einfach so vor einzuspauen. Unfair. Das war kein Kopfschuss. So, ich nehme mal lieber die Waffe, weil ich habe das Gefühl, die spawnen hier direkt vor meiner Flinte. Okay, wir müssen noch irgendwie eins nach oben. Oh, ne. Wir brauchen das hier drüben. Ähm. So. Komm mal bitte her. Und daran bitte. Ähm. Ich meinte, äh, da ran. So. Jetzt wird mir schon nochmal eine Fuche kommen. Wuch. Puh. Ja, da kam auch noch einer. So. Und da hoch. Die Wahrheit, die Wahrheit. So, wie kommen wir da hoch? So, Material gefunden. Sehr schön. Ui. Gleich zwei. Das ist, äh. Schon ein bisschen unfair, würde ich sagen. Das ist unfair. Geh weg. Tschüss. War schön mit dir. War schön mit dir. So, nochmal irgendwo welche? Gerade nicht. So, komm her. Und einmal daran bitte. Vielleicht muss ich die Mausensensibilität noch ein bisschen runterstellen. Ja. Und es tut mir echt leid, dass die liebe Gute, äh, 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 wie hieß die denn nochmal? Ähm, dass sie zu leise ist. Ich hab echt, äh, Effektlautstärke. Ich kann euch das nochmal zeigen. Option. Audio. Ich hab die echt auf 100%. Muss ich das wohl doch noch ein bisschen runterdrehen? Weil die ist mir echt zu leise. Das ist, äh, ist ein bisschen, äh, nervig. Aber da kann ich echt nichts ändern. Ich will hier rein. Kann ich hier drüberspringen? Jo. Denn, ich lass mir doch nicht so einen Container entgehen. Definitiv nicht. Ritualimpuls. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Kann man gebrauchen. Besser man hat, als man hätte. So. Reparieren Sie die NSC-Kühlpumpen. Da kamen wir ja nicht rein. So, NSC-Control-Room. Welche Waffen hab ich gerade ausgewählt? Gar keine. Hier kann ich auch nicht schießen. Okay. Ah, jetzt. Eine Akte. Schriftverkehr. Das nächste Spiel findet am Mittwoch um 8 an der üblichen Stelle statt. Hazard schuldet mir 20 Dollar. Irish. Immer noch bei seiner verdammten Siegesserie. Kann mal jemand herausfinden, wie der bescheißt? Guy Schuldschein von 60 Dollar. Ich hatte das letzte Mal Bier mitgebracht. Dann ist dieses Mal Hepstens Doll dran. Remus. Okay. Die haben ja also irgendwie noch illegale Glücksspiele gemacht. Die Mitarbeiter von Control. Irgendwie müssen die sich ja ihre Zeit auch schön gestalten. So, hier komm ich hier nicht rein. Okay, ich denke mal, ich muss jetzt hier nach unten. Schauen wir mal auf die Karte. Schauen wir mal auf die Karte. Wo war die Karte? Hier. So, NSC-Control-Raum. Darunter. Wartung, NSC-Kühlpumpen. Ich weiß, dass wir ja, ich weiß ja, dass wir da nicht so wirklich reinkamen, weil da immer wieder diese, diese Viecher gespawnt sind, diese Zischer. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Ich werde jetzt einfach mal hier nach unten gehen mit dem, mit dem Fahrstuhl hier in der Hoffnung, äh, dass wir dann von irgendeiner anderen Seite reinkommen. Äh, Energiequelle, bitte. Bitte, Dankeschön. So, ab geht's nach unten. Äh, wo geht's auf? Da geht's auf. Uh, es ist dunkel. Uh, ist das dunkel. Dunkel wie im Affenarsch. So. Ähm, wo bin ich? So, ich glaub, darüber müssen wir, ne? Genau. Und da sind immer die Zischer gespawnt. Müssen wir mal schauen. Warum ist es hier rot? Rot heißt doch immer Gefahr, oder? Rot heißt doch Gefahr. Und war hier nicht eigentlich auch, waren hier nicht unsere Kollegen? Oder sind wir jetzt auf der anderen Seite? So, Kühlpumpen. Ah, ja, unsere Kollegen sind, glaub ich, glaub ich, noch mal ganz kurz rum. Unsere Kollegen dürften hier sein, ne? Yo. Dann würde ich hier vielleicht noch mal ganz kurz speichern, wenn das funktioniert. Ähm. Okay, Astralwerkstatt erst mal. Waffen modifizieren. Hier haben wir viel zu wenig Materialien. Oh mein Gott, wir brauchen echt viel, viel mehr. Hauserinnerungen haben wir auch zu wenig. Ähm. M-m-m-m-m-m. Ähm. Gewöhnlich. Ich lass es erst mal. Ich muss erst mal wieder ein bisschen reinfinden. Gegenmaßnahme des Rats. Energieschub. Eingabe weiter. Okay, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Ich nehm einfach mal alles an. Ja. Verlassen wir das mal. Ähm. Ich hoffe, es hat irgendwie gespeichert, dass ich dann hier wieder, äh, weiter mach. So. Kühlpumpen. Einmal nach links, bitte. Also, ich glaub, die Kamera ist ein bisschen zu groß. Wollt ihr ja auch das Spiel sehen und eigentlich nicht nur mich. Uh. So. Ein bisschen hell vielleicht auch. Na, das ist, das ist jetzt erst mal okay. Das ist. So. So, Kühlpumpen. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir da jetzt reinkommen. Weil da war ja, lag ja immer, äh, das Problem. Dass immer diese Viecher kamen. Und die explodieren ja auch immer. Was ein bisschen nervig ist. Äh, Leute? Danke. Die hören einfach nicht auf zu spawnen hier. Es sind so viele hier. Da komme ich, ich komme einfach nicht darüber. Ich werde es einfach mal mit Rennen probieren, glaube ich. Au, au, au. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Warum so viel von denen? Warum so viel? Das sind viel zu viel. So, darf ich jetzt fix hier reinrennen, bitte? Oh mein Gott. Puh. Problem ist, unsere Energie ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Niedrig. Das heißt also, es ist wirklich, alle töten und dann schnell da reinrennen. Stromausfall. Oh, Strom. Stromausfall. Ach, dieser Hausmeister. Ich weiß auch noch nicht. Kann ich hier durchschieben? Schießen? Schieben. Nein, natürlich nicht. Aber ich wette mit euch. Ich kann hier nicht durchschießen. Aber die können dann hier durchschießen. Naja, gut. So, stellen wir erstmal den Strom wieder her. So, ihr kleinen Pisser. Wo seid ihr? Puh. Zwei gegen ein, Leute. Zwei gegen ein. Oh, nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nicht ihr schon wieder. Nicht ihr schon wieder. Nein. Oh nein. Ich hing gerade irgendwo fest. Oh, es ist nervig. Okay. Ich hoffe, wir fangen jetzt gleich wieder bei diesem Kontrollpunkt an und müssen jetzt nicht wieder nach hinten gehen. So, mal sehen, wo es das letzte Mal gespeichert hat. Ich denke aber, dass wir bei diesen Kühlpunkten gleich wieder sind. Hoffe ich zumindest. No. Natürlich nicht. Wir müssen wieder dahin rein. Okay. Okay, vielleicht haben wir auch gerade einfach Glück. Renn, 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 renn. Puh. Okay. Scheinbar war das Spiel gerade knetig mit uns. So, ich nehme den Müheimer und Feuer gleich mal drauf los. So. Ey. Das ist nicht nett. Ja, das ist auch nicht. So, komm mal ran auf den Meter, Kollege. Wow. Hm. Ich sag dir jetzt gerade nichts dazu. Okay, okay, okay. Einmal haben wir. Zweimal haben wir. Den dritten sehe ich gerade nicht. Schluckschneider. Ah, nein, das ist so ein fliegender. Das erinnere mich an diesen Tomasi hier, wo wir auch, oh, was weiß ich, wo ich 45 Minuten gebracht habe für diesen dämlichen Bosskampf, weil der immer jetzt so durch die Gegend fliegt. So. Danke dafür. Unten liegen jetzt ein paar, äh, Energiekügel schon rum und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Kontrollpunkt einnehmen. Sehr, sehr cool. Wir haben es geschafft. Wow. Ich bin so stolz auf uns. So. Kontrollpunkt eingenommen. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an, wo es da weitergeht. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.